Die Partnerhandwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Steine sind für die Ewigkeit, lautet das Credo von Thomas Zeller, seit 2002 Inhaber des 1901 gegründeten Unternehmens Rohn Grabmale in Pleinfeld. Der sympathische Steinmetzmeister leistet einen wertvollen Beitrag dazu, Menschen in bleibender Erinnerung zu behalten. Mit Grabsteinen für Einzel- und Doppelgräber, Urnensteinen sowie Einfassungen, Gravuren, Beschriftungen und Ornamenten verleiht er der letzten Ruhestätte einen edlen Schliff. So unterschiedlich wie die Materialien, Formen und Farben sind die Bearbeitungsmöglichkeiten in Natur, bruchrau oder poliert in Verbindung mit Bronze, Kupfer, Glas, Edelstahl oder Schmiedeeisen. Da Tradition hier auf Moderne trifft, kann man seinen Grabstein vorab virtuell designen. Rohn Grabmale ist ein Ausbildungsbetrieb. Azubis werden laufend gesucht, ebenso wie Fachkräfte und Quereinsteiger. Rohn Grabmale – eine klare Empfehlung der Partnerhandwerkerredaktion.